Guten Tag, liebe Kinder, da bin ich wieder. Ihr wartet wohl schon lange. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Moin Moin. Ich wurde durch Fupanet bzw. durch André angeschrieben, ob ich nicht Bock habe, am 23.12. zum Budenzauberin eine Challenge zu starten gegen ein paar Kumpels meiner ehemaligen Vereine. Und da war natürlich klar, das können wir machen. Und zwar würde ich vom VfL einmal den Daniel Korf und den Nick Albrecht nominieren und vom Herbwehr SV einmal den Stefan Kemmer und den Michael Damm. Und zwar geht es darum, dass jeden Tunnel, den ihr kassiert, dafür zahlt ihr 10 Euro in das Kinderhospiz in Tampach-Dietaz. Wer keinen Bock von euch beiden, oder von euch vier besser gesagt, auf diese Challenge hat, der kann natürlich sich auch gleich eine Flat buchen und 553 Euro zahlen, der ist dann raus. Also, falls ihr Bock habt da drauf, dann seid ihr natürlich ab jetzt nominiert. Bis dann, wir sehen uns Sonntag. Bis dann, wir sehen uns Sonntag.